Wie glaubst du, dass sich dieser Prozess in den nächsten Jahren jetzt verändern wird? Wird sich das noch mal beschleunigen? Werden andere Themen vielleicht mehr Relevanz bekommen in der Digitalisierung? Also geht es jetzt in Zukunft immer noch rein darum, irgendwelche analogen Prozesse digital zu machen oder glaubst du, dass wir jetzt zukünftig auch mit ganz anderen Themen vielleicht in Berührung kommen? Also die Themen werden sich ändern, durchaus. Die Entwicklung wird meines Erachtens durchaus in diesen Bereich gehen, dass man eben anfängt, diese Insellösungen, die man geschaffen hat, mit einzelnen Bereichen zu digitalisieren, eben in Gesamtsysteme übergehen. Also sprich, es wird Verknüpfungen zwischen einzelnen Digitallösungen geben, die am Ende für den Benutzer in irgendeiner Form einen roten Faden bereitlegen. Sei es von dem Prozess innerhalb eines Unternehmens über ich bewerbe mich bis am Ende zum Ausscheiden eines Unternehmens oder sei es bei Bestellprozessen, da kennt man es ja mittlerweile schon lange, dass ich die Ware aussuchen kann, bestellen kann, ich bekomme sie geliefert, ich habe den Bezahlprozess alles in einem Bereich. Genau solche Konstrukte werden entstehen und damit werden auch die Probleme sich verändern. Schnittstellen zu schaffen zwischen Systemen ist oft nicht einfach. Viele Systeme haben eigene Lösungen, eigene Sprachen nenne ich es mal und man muss jedes Mal versuchen, einen passenden Dolmetscher dafür zu finden. Und Dolmetscher bedeutet nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch auf fachlicher, auf prozessualer Ebene, auch auf menschlicher Ebene. Es gibt nichts Schwierigeres als das Arbeiten zwischen Menschen und da eben eine Lösung zu finden, wird anstrengend für viele Unternehmen, aber auch eine große Herausforderung, die viel Spaß machen kann und die sehr viel Potenzial haben wird. Eine schöne Entwicklung ist zum Beispiel jetzt der kommende digitale Personalausweis. Ein Schritt in die richtige Richtung. Man braucht keine keine EC-Karte mehr, in dem sie dabei haben, sondern man kann seinen Personalausweis aufs Handy legen. Die nächsten Schritte dafür könnten dann irgendwann mal so sein, dass Behördengänge damit legitimiert werden können, dass Behördengänge vielleicht auch komplett digitalisiert werden können. Sprich, ich muss nicht mehr zu einem Einwohnermeldeamt gehen und mich händisch ummelden, sondern ich kann es vielleicht am besten sogar per Handy machen. Der Prozess dahinter könnte dann aber auch sein, dass ich die Dokumente, die dafür notwendig sind, dass er eine Legitimation hat, ich möchte eine Art Urkunde haben, mit dem Handy dann gleich eingescannt werden kann, dass die Unterschrift digitalisiert wird an der Stelle, die auch, ich sag mal, zertifiziert ist, dass er zu wirklich legitimieren kann, die Person, die das unterschrieben hat, ist die richtige, dass ich Anträge stellen kann oder solche Geschichten. Also diese Prozesskette kann immens groß werden, kann sehr vielseitig werden und wird durchaus interessant werden, wo das Ganze hinführen wird. Ja, jetzt bist du ja bei einem sehr großen öffentlichen Kunden im Projekt unterwegs und da stehen natürlich unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Wenn ich jetzt heute mit dem typischen mittelständischen Unternehmen spreche, der hört aus der IT-Branche nur Passwörter wie Blockchain, wie KI, wie Drohnen, alles Mögliche. Und ich spreche mit immer mehr Leuten, für die das ein wahnsinniger Gap ist zwischen einfach ihrem eigenen Geschäftsmodell und diesen ganz vielen Themen, die außenrum schwirren und die fühlen sich so gefühlt immer mehr abgehängt und wissen gar nicht, wo sie da ansetzen. Wird das ein zunehmendes Problem in Zukunft sein oder glaubst du, dass es da irgendwo natürliche Brücken auch in diese, sag ich mal, eher Edge-Technologien reingeben wird? Dieses Problem mit diesem Passwortjagen, sag ich mal, herrscht nicht erst seit ein paar Jahren, das herrscht schon unglaublich lange. Nur in anderer Form, in anderen Teilbereichen und so weiter. Das wird auch weiterhin so bestehen bleiben. Es ist oft so, dass versucht wird und das ist in der Natur des Menschen, dass überkompensiert wird. Der Mensch hat große Probleme damit, Mittelmaß zu finden. Man möchte nie nur Mittelmaß sein, sondern man versucht immer, extrem stark in irgendeinem Bereich zu sein, extrem gut zu sein. Und dieses Problem wird man nicht lösen können. Das ist, wie gesagt, die Natur des Menschen. Und genau das Gleiche wird es in der Digitalisierung sein. Es wird jetzt gerade sehr, sehr viel gemacht, einfach damit was getan wird. Und eben dieses Nachziehen, dass es ein vernünftiges Mittelmaß wird, wird sich jetzt erst in den nächsten Jahren richtig einpendeln. Und dann wird sich auch dieses Problem bei mittelständischen Unternehmen so ein bisschen lösen, weil sie dann nicht mehr mit so großen Wörtern wie Blockchain beworfen werden, sag ich mal, sondern weil sie dann wirklich Lösungen angeboten bekommen oder hoffentlich angeboten bekommen, die passend für sie sind, die sie selbst voranbringen und die auch fürs Unternehmen passend sind. Und das ist ein großer Aspekt, den man betrachten sollte, Lösungen für sich selbst finden und nicht eine Lösung einfach übernehmen, die man irgendwo gesehen hat, gehört hat oder weil sie gerade jeder tut. Hast du einen Rat für jetzt, sag ich mal, einen typischen mittelständischen Geschäftsführer, der jetzt aus dem produzierenden Bereich kommt, da schon seit 30, 40 Jahren dasselbe fertigt und der liest jetzt im Spiegel nur Bitcoin, Blockchain und denkt sich, naja, das ist eine Welt, die erschließt sich mir überhaupt nicht mehr, wie er da wirklich so einen ersten Einstieg finden kann, auch von modernen Technologien zu profitieren? Das Internet ist groß und weit. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten, sich mit moderatem Aufwand in Themen einzuarbeiten, um überhaupt mal zu verstehen, was steht dahinter. Also eben dieses Verstehen, warum und weshalb, sind bei solchen Punkten essentiell. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich einen persönlichen Kontakt zu Leuten suchen, die damit eine Expertise haben und die auch nicht in so einem Art Hardliner-Modus unterwegs sind, die sagen, das ist die Zukunft, sondern die einfach auch moderat mit solchen Systemen umgehen können oder eben das Verständnis dafür haben und auf einer nüchteren, objektiven Ebene erklären können, was sind die Vorteile, was sind vor allem auch die Nachteile, also auch das gezielte Suchen nach, welche Probleme bringt das eigentlich mit sich, um dann am Ende sich selbst ein Bild machen zu können und wenn man dann immer noch Interesse hat, dann eben gezielt auf Experten zuzugehen, zu sagen, okay, berate mich und nicht mit dem Gedanken, verkauf mir etwas, sondern berate mich einfach erst mal. Gut geplant ist ein Großteil des Projektes, macht es sehr viel leichter, macht einiges sehr viel günstiger, es passiert sehr oft, dass Sachen einfach nur ausgeworfen werden und nicht komplett geplant sind und dann nach ein, zwei Jahren abgelöst werden. Das kann man verhindern, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, das heißt nicht stillstehen und dann eben bewusst, objektiv und zukunftsorientiert versucht, sich zu entwickeln. Wenn sich jetzt ein Unternehmen dafür entscheidet, einen Weg in die Digitalisierung zu gehen, dann stellt sich erst mal die Frage, klar, Digitalisierung läuft ja schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, aber tatsächlich beim einzelnen Mitarbeiter ist es ja manchmal noch nicht in der Tiefe angekommen, dass sich wirklich die Arbeitsprozesse oder vielleicht die kompletten Tätigkeiten geändert haben. Da wird ja wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch viel mehr passieren. Wie nimmst du das wahr? Freuen sich da alle drauf in Unternehmen? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Emotionen spielen bei Veränderungen immer mit und die sind typischerweise nicht immer positiv. Angst, Verlustangst sind sehr, sehr große Themen oder Bereiche, die da mit reinspielen. Eine Person, die seit 35 Jahren die gleiche Tätigkeit in gewisser Form gemacht hat, bekommt auf einmal die Info so, ja, du wirst obsolet. Das ist so das, was man aus der Gesellschaft hört. Die Roboter übernehmen alles, alles wird digitalisiert, bald gibt es deinen Job nicht mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Was aber passieren wird und das ist notwendig an der Stelle, ist, dass sich die Tätigkeit von der Art ändern wird. Wir werden weiterhin Menschen brauchen, die Systeme überwachen, die Systeme steuern, die trotzdem den kontrollierenden Blick auf Systeme haben oder eben dann die Tätigkeit vom Prozess so ein bisschen abwandeln. Die Daten müssen eingetragen werden, solche Geschichten. Eines der größten Ziele, die man eigentlich erreichen kann, wenn man in so einer Beratungsfunktion unterwegs ist, ist Empathie zu den Personen aufzubauen, das Vertrauen zu den Personen aufzubauen und ihnen eben diese Angst zu nehmen, Kontrolle freizugeben zum Beispiel oder eben diese Verlustangst, die dahinter steht, aufzulösen und ihnen zu zeigen, dass Veränderung nichts Negatives ist, sondern eine sehr, sehr große Chance, die da eigentlich dadurch entsteht. Und natürlich hat es unglaublich viel Potenzial für Konflikte auf menschlicher Ebene, auf prozessualer Ebene und so weiter. Aber wenn man da so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und eben mit Empathie rangeht, hat man da meistens doch gute Chancen, zumindest mit kleinen Schritten immer wieder was zu verändern. Und eben dieses von links umdrehen funktioniert nicht. Man muss irgendwie Schritt für Schritt vorwärts gehen, also passt das eigentlich da ganz gut rein. Nicht nur die Prozesse digitalisieren, sondern auch den Menschen verändern. Und dadurch entstehen auch ganz andere Nebeneffekte, die oftmals sehr positiv sein können, so etwas wie Kulturwandel, der dadurch entsteht, der eben durch Impulse angestoßen wird und dann nach und nach sich selbst entwickelt. Kulturwandel, das ist ja auch so ein Buzzword, was immer wieder rumgeistert. Und da würde mich interessieren, ist das eigentlich rein aus der Digitalisierung deiner Meinung nach ausgelöst? Also wir haben jetzt hier neue Prozesse, deswegen muss sich der Mensch der Digitalisierung anpassen, weil das ist so ein bisschen, was vielleicht manchmal überschwappt. Also nicht etwas, was wirklich aus so dem Wunsch heraus vielleicht nach Veränderung und Modernisierung entsteht, sondern wirklich diese Notwendigkeit, sich jetzt an eine neue Realität anzupassen. Würde ich so nicht sehen. Kulturwandel ist eine Notwendigkeit, die natürlich die Digitalisierung irgendwo so als Beiklang dabei hat. Aber die Anforderungen der Mitarbeiter zum Beispiel verändert sich. Vor allem junge Nachwuchstalente haben ganz andere Anforderungen, als es alteingesessene Senior-Personen haben, die seit 30 Jahren ihren Job machen. In der heutigen Zeit ist so etwas wie Flexibilität, Freiheit, Kreativität viel, viel wichtiger, als es früher war. Und die Leute wollen viel selbstbestimmter und selbstkoordinierter und mit mehr Überzeugung arbeiten, eigene Werte widerspiegeln, nachhaltig gegebenenfalls arbeiten, solche Aspekte. Und es ist dann eben wieder so zwei Welten, die aufeinander treffen. Ebenso dieses Statische, es läuft schon immer so und wir haben Veränderungen auf der anderen Seite. Und man kann die zusammenbringen, ohne Probleme. Man muss aber eben auf beiden Seiten kleine Schritte machen und kann nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen alles ändert, sondern eben zusammen in die Zukunft arbeiten, mit einem Blick nach vorne und der Blick nicht immer nur auf das Eigeninteresse, sondern auf das Interesse des Gesamten legen. Also es kann das Interesse des gesamten Unternehmens sein, es kann das Interesse der Gesellschaft oder der Kultur sein. Digitalisierung findet in jedem Bereich statt. Und wenn man da mit einem offenen, ehrlichen Auge durch die Welt geht, hat man da sehr, sehr viele Möglichkeiten und findet Optionen, die da was hinbekommen. Und dann ist Kulturwandel durchaus was Positives und mehrwertbringend für alle. Jetzt hast du ja schon gesagt, ja, nachhaltiger Wandel. Jetzt ist ja die Strategie von Silvery nicht nur zu digitalisieren, sondern auch Unternehmen künftig durch Digitalisierung mehr Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Wie siehst du das in dem Bereich? Ist da bereits schon viel Offenheit dafür da, dass Unternehmen anfangen umzudenken, wie sie jetzt die eh anstehenden Modernisierungen und Veränderungen, die häufig jetzt erstmal noch linear in Digitalisierung gedacht werden, auch schon nachhaltig zu betrachten? Es ist die Frage, wie man es verpackt. Veganes oder vegetarischer Lebensstil ist mittlerweile überall, wird auch immer mehr akzeptiert. Auch das ist schon eine Form von Nachhaltigkeit. Das heißt nicht, dass jeder vegan oder vegetarisch unterwegs sein muss. Ich selber bin auch omnivore und stehe da dazu. Aber das ist so ein Beispiel dafür. Es kommt ein Kulturwandel, es wird mehr akzeptiert, es wird mehr darauf geachtet. Und vor allem das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist schon ein sehr, sehr großer Schritt, der stattfindet. Das Gleiche ist es eben auch bei der Digitalisierung oder allgemein bei Nachhaltigkeit in Unternehmen. Wenn ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wird automatisch schon das Handeln beeinflusst. Es sind Impulse da, die eben irgendwie irgendwo mit reinspielen werden. Und man kann es auch ganz nüchtern betrachten. Warum soll ich mir ein neues, großes IT-System für Millionen kaufen, wenn ich es für wahrscheinlich relativ wenig Geld einfach optimieren kann und dadurch auch den gleichen Mehrwert schaffen werde? Also das sind eben diese Punkte, die Nachhaltigkeit beinhalten können. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Buzzword. Gucken, was hinter diesem Wort eigentlich steht und was es für einen selbst bedeuten kann oder sollte. Und da hat man, glaube ich, einen guten Einstiegspunkt, eben sich selbst wieder weiterzuentwickeln und eben seine eigene Zukunft zu gestalten. Super. Chris, vielen Dank für den tollen Austausch heute an dem Dienstagmorgen. Und ich glaube, jetzt haben wir uns einen gemeinsamen Kaffee verdient.